Guten Abend, Herr Mayer. Einen wunderschönen guten Abend. Vor fast fünf Jahren begann der syrische Bürgerkrieg. Gibt es Hoffnung auf ein Ende dieses Krieges? Dank der russischen Intervention Ende September haben wir es immerhin erreicht, dass eine einstimmige UN-Resolution gefasst worden ist, innerhalb der nächsten sechs Monate eine Übergangsregierung zu installieren. Innerhalb von 18 Monaten sollen freie, faire Warnenden durchgeführt werden. Von daher durchaus eine positive Perspektive für die Zukunft. Aber es gibt ungeheuer viele Stolpersteine. Glauben Sie denn persönlich daran? Es gibt die Hoffnung. Es wird ganz entscheidend davon abhängen, insbesondere was die Regionalmächte, gerade auch Saudi-Arabien und die Türkei vorhaben, die nicht ohne weiteres bereit sein werden, dem syrischen Regime mit Unterstützung von Russland das Feld in Syrien zu überlassen. Jetzt bombardiert die Türkei, die Kurden, Russland, Aleppo. Wie brisant ist das? Es ist sehr brisant. Gerade durch die Angriffe von Russland mit Unterstützung der Bodentruppen von Bashar al-Assad und die iranischen Truppen ist damit zu rechnen, dass es in Aleppo einen weiteren riesigen Flüchtlingsstrom Richtung Norden, Richtung Türkei, Richtung Europa geben wird. Umgekehrt, die Gefahr, die von der Türkei ausgeht, die auf keinen Fall bereit ist zu akzeptieren, dass die Kurden größere Gebiete im Süden der Türkei erobern, da steckt eine enorme Brisanz drin. Also könnte das auch zu einer unmittelbaren Konfrontation der NATO und Russland führen? Die USA tut alles, um das zu verhindern. Die USA will auf jeden Fall eine diplomatische Lösung zu erreichen. Insofern ist zu hoffen, dass auf der Ebene von der USA auf der einen Seite, Russland auf der anderen Seite, es eben nicht zu dieser Konfrontation kommt. Schauen wir doch auf die USA, schauen wir auch etwas weiter zurück. Was war denn die Strategie der USA nach 9-11? Nun, wie der ehemalige NATO-Generalsekretär bereits 10 Tage nach den Terroranschlägen in New York und Washington erfahren musste, plante die USA bereits damals einen Sturz des Assad-Regimes. 2006 sind Informationen durchgesickert, wonach klar die Destabilisierung des Regimes, gerade auch die Anfachung der ethnischen Gegensätze im Vordergrund stehen sollte. Und als dann nach Beginn des arabischen Frühlings die Proteste ausbrachen, war es vor allem die USA, die auf die anfangs gemäßigte Opposition gesetzt hat und damit kläglich gescheitert ist. Obama hat sich ja in Abgrenzung zu Bush sehr zurückgehalten. Welche Auswirkungen hat jetzt dieses Machtvakuum? Obama musste feststellen, dass er nicht noch mal den gleichen Fehler machen will wie bei der Besetzung von Afghanistan, wie der Besetzung des Irak. Deshalb diese Zurückhaltung. Er hat vor allem auf die innersyrischen Kräfte gesetzt und diese von außen unterstützt. Nur das hat eben dazu geführt, dass die Islamisten sehr rasch die Macht übernommen haben. Also war das nicht die richtige Strategie? Es war absolut die falsche Strategie. Denn, und das zeigt sich auch heute, wenn etwa das syrische Regime, wenn Bashar al-Assad gestürzt wird, entsteht ein riesiges Machtvakuum. Mittlerweile ist klar geworden, dass dieses Machtvakuum nur von den radikalen islamistischen Gruppen gefüllt werden können. Das heißt, vor allem vom islamischen Staat und von der Nusra-Front als Ableger von Al-Qaida. Und die radikalen Islamisten erhalten ja Unterstützung von westlichen Staaten. In welcher Form und von welchen westlichen Staaten dann? Vor allem von der USA. In der Anfangsphase wurden Waffen über den CIA aus den Arsenalen von Gaddafi aus Libyen geliefert. Es wurde in großem Stil über die Türkei Waffenlieferungen durchgeführt. Angemässigte Rebellen. Nur diese gemässigten Rebellen entpuppten sich dann als Nusra beziehungsweise als Anhänger des islamischen Staates. Viele der sogenannten gemäßigten Rebellen, die von den US-Ausbildern trainiert worden sind, haben sich der Nusra-Front oder dem islamischen Staat angeschlossen. Schauen wir kurz auf die Türkei. Wie beurteilen Sie die Lage da? Die Situation für die Türkei ist sehr kritisch. Sie verfolgt zwei Zielsetzungen. Einerseits die Unterstützung von den Rebellen, der Sturz von Bashar al-Assad als Hauptziel. Dazu hat sie eben auch viele Jahre den islamischen Staat mit unterstützt. Jetzt muss sie allerdings erkennen, dass nach den jüngsten Terroranschlägen, gerade auch in Istanbul, sie darauf setzen muss, auch gegen den islamischen Staat vorzugehen. Zweite Zielsetzung, unter allen Umständen verhindern, dass es zu einem kurdischen Staat an der Südgrenze des Landes kommt. Und da haben wir jetzt die aktuellen Eskalationen, die aktuellen Bombardierungen bzw. Artillerieangriffe auf die kurdischen Stellen. Letzte Frage, bitte eine kurze Antwort. Europa bekommt natürlich die Auswirkungen des Bürgerkriegs besonders stark zu spüren. Inwiefern hat Russland jetzt da ein Interesse, die Situation noch zu verschärfen? Russland hat kein primäres Interesse daran, die Flüchtlingsströme zu verschärfen. Davon könnte keine Rede sein, sondern bei den russischen Interessen, gerade auch beim Vormarsch im Norden des Landes, geht es darum, die wichtigsten Teile des Landes unter die Kontrolle des Regimes zurückzubringen. Herr Mayer, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Gerne. Herr Mayer, ich danke Ihnen.